Da sieht man, dass man auch keine Möglichkeit hat. Oder man macht nicht, dass man kommt was vor. Erstens, wenn man sich mit einem Dach kochen oder einem Dach verständigt. Man denkt, dass man alles aufmachen kann. Feier und Probleme irgendwo. Oder man braucht es nicht. Dann kann man nachfahren. Alles ist schwierig, einen Platz zu finden. Wo man den ausbauen kann. Wo man den ausbauen kann. Wie man die vorhanden kann. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, bei irgendein Spätsradiv. Wo es so gut ist. Ich habe auch wirklich Zeit zu haben. Schauen wir mal.